Ein Gericht im US-Bundesstaat Florida. Tradition und moderne Technik treffen hier aufeinander. Bei Prozessen kommen 3D-Animationen zum Einsatz. Robert Scotts Firma produziert sie, etwa Bilder von einem Autounfall. Die Animationen sollen den Geschworenen komplexe Sachverhalte vermitteln. Das Ziel ist, die Situation besser zu verstehen und sich ein korrektes Urteil darüber zu bilden, was passiert ist. Die 3D-Technik wurde schon in dutzenden Prozessen angewandt. Sie wird von der Justiz immer mehr anerkannt und die Richter erlauben bei der Beweisführung immer häufiger diese Art der Darstellung. Aber einige Anwälte sind besorgt. Die Animationen bergen die Gefahr von Fehlern, sagt etwa Strafverteidiger Derek Brett. Laut einer Studie erinnern sich Menschen besser, wenn ihnen die Ereignisse bildlich präsentiert werden und nicht nur mündlich. Brett sieht Angeklagte mit zu wenig Geld für die Technik im Nachteil. Leute, die sich keinen eigenen Anwalt leisten können und ihre Zahl steigt in Zeiten der Wirtschaftskrise, diese Leute können diese Technik nicht nutzen. Die Verwendung von 3D-Animationen kann je nach Fall zwischen 5000 und 40.000 Dollar kosten. Bislang gibt es in den USA zwei Dutzend Firmen, die auf 3D-Animationen für Gerichtsprozesse spezialisiert sind. Ihre Zahl könnte noch wachsen. Und bald könnte es noch mehr Technik in Gerichtssälen geben, glaubt Jurist Brett. Zum Beispiel 3D-Hologramme.